Herr Präsident, meine Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalräte, meine Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräten. Vor vier Jahren wurde ich von diesem Parlament zum Bundesrat gewählt. Ich habe die damalige Wahl als Auftrag angenommen und mich mit ganzer Kraft und nach bestem Wissen und Gewissen in den Dienst für unser Land und unser Volk gestellt. Die Bilanz meines Schaffens lege ich nicht hier vor, werde das am 28. Dezember dann tun. Heute haben Sie mich wieder aus diesem Amt entfernt, durch eine Wahl und durch eine vor allem Nichtwahl, ohne eigentlich zu sagen, was der Hintergrund ist. Nun, meine Damen und Herren, für mich ist klar, und das ist das Schöne in diesem Land, Parlamente können zwar Leute aus der Regierung entfernen, aber nicht aus der Politik und nicht aus dem politischen Schaffen im Lande. Meine Damen und Herren, ich schwanke zwischen Erleichterung und Enttäuschung und Empörung, das werden Sie verstehen. Warum Empörung eigentlich weniger, weil Sie einen anderen Bundesrat gewählt haben, sondern wie Sie es getan haben. Aus Erleichterung, weil ich von jetzt an, ich muss jetzt zuerst noch etwas lernen, wieder sagen kann, was ich denke. Und weil ich in Zukunft über Dinge reden kann, die mir eigentlich unter den an sich guten Titeln, wie Kollegialität, wie Konkordanz und so weiter verboten wurden, auch wenn sie eigentlich nicht hätten verboten werden sollen. Das ist der Vorteil, dass jetzt über alles gesprochen werden kann. Der gestrige Tag hat mir die Notwendigkeit gezeigt, dass das so sein muss. Was habe ich gehört in den letzten Monaten, ich spreche hier von allem die CVP an, Konkordanz, fast wie ein heiliger Tempel. Toleranz, die größte Tugend. Kollegialität, bis zur Selbstverleugnung. Amtsgeheimnis, Amtsgeheimnis, sehr oft, um zuzudecken, viel Dreck und Dinge, die niemand sehen durfte. All das ist in der Opposition, Opposition kommt ja von Opponere, Opponere legen, Ob entgegenlegen, ist jetzt möglich, um das aufzudecken, sofern es noch nötig war nach dem gestrigen Tag. Leistungsausweis, Volkswillen, Volkswohl, das war auf keinen Fall das Motiv dieser Wahl, sondern um etwas zu unterdrücken. Meine Damen und Herren, so scheide ich hier aus dieser Regierung, aber nicht aus der Politik. Die besorgten Briefe, die ich auf allem bekommen habe, diese Nacht und gestern, jetzt verlassen Sie die Politik und ziehen sich irgendwann die Riviera zurück. Da haben, die machen die Rechnung mit einem Falschen. Ich werde mich voll und ganz in den Dienst der Politik stellen, außerhalb der Regierung. Und darum, meine Damen und Herren, was daraus wirkt, werden wir sehen. Vielleicht wird es ja dazu führen, dass die Regierung, oder ich möchte sagen, vor allem auch das Parlament, das Richtige tut, weil sie Angst hat, es würde sonst aufgedeckt durch eine gute Opposition. Das wäre ja das Allerbeste. Sie begnügen sich heute mit einer Regierung aus drei Parteien, mit zwei Vertretern, die nicht mehr in einer Fraktion sind. Ich wünsche Ihnen dafür sehr viel Glück und ich kann diejenigen, die Angst haben, ich scheide aus, beruhigen. Ich scheide nicht aus, aber meine Gegner auch entsprechend beunruhigen. Ich danke Ihnen. Applaus Ich danke Ihnen.